Hallo, mein Name ist Dr. Nadja Rancho und hier gibt es die zehn wichtigsten Tipps für die optimale Vorbereitung auf Ihre Operation im Mund- und Kieferbereich. Ihnen steht eine Zahnentfernung, eine Implantation, ein Knochenaufbau, eine Wurzelspitzenresektion oder ähnliches bevor. Mit diesen zehn Tipps haben Sie jetzt eine einfache Checkliste für Ihren bevorstehenden Eingriff. Sie wird Ihnen dabei helfen, gut vorbereitet zu Ihrer OP zu gehen. Los geht's! Tipp Nummer 1. Bequeme Kleidung anziehen. Kommen Sie in ganz normaler, möglichst bequemer Kleidung zur Operation. Wählen Sie ganz einfach die Kleidung, in der Sie sich am wohlsten fühlen und am besten keine Hemden oder Blusen. Da stört der Kragen immer etwas und auch keine weiße Kleidung. Tipp Nummer 2. Essen. Die Betäubung hält oft einige Stunden nach der Operation an. Wenn Sie in dieser Zeit feste Nahrung zu sich nehmen, könnten Sie sich eventuell verletzen. Essen Sie deshalb etwas vor der OP. Und zwar so viel, dass Sie nach der OP nicht gleich wieder Hunger bekommen. Das gilt natürlich nicht für eine Operation unter Vollnarkose. Da müssen Sie nüchtern bleiben. Decken Sie sich für die Tage nach der OP mit genügend weicher Nahrung ein. Oder kochen Sie sich einfach schon einmal etwas vor. Meiden Sie am OP-Tag unbedingt Kaffee und schwarzen oder grünen Tee. Diese Getränke erhöhen den Blutdruck und das kann zu stärkeren Blutungen während und nach der Operation führen. Tipp Nummer 3. Zeit nehmen. Nehmen Sie sich die Zeit für die Zeit nach der OP. Planen Sie also keine Termine nach der Operation. Sie erholen sich am besten, wenn Sie keinen Termindruck haben. Tipp Nummer 4. Rückfahrt organisieren. Lassen Sie sich abholen. Das ist sehr wichtig, denn nach der Operation sind Sie nicht hundertprozentig verkehrstüchtig. Fragen Sie Ihren Partner, Freunde oder Verwandte. Bestimmt holt Sie gern jemand aus der Praxis ab und fährt Sie nach Hause. Oder nehmen Sie öffentliche Verkehrsmittel. Tipp Nummer 5. Musik mitbringen. Mit Musik geht alles besser. Auch eine Operation. Nehmen Sie also Kopfhörer mit, damit Sie zum Beispiel über Ihr Handy Musik hören können. Zwar werden Sie während des Eingriffs dann immer noch Geräusche hören, aber lange nicht so stark. Die Musik wird Sie ablenken. Tipp Nummer 6. Kühlung vorbereiten. Besorgen Sie sich ein paar Kühlpäckchen für zu Hause. Kälte wirkt bei Schmerzen und Schwellungen wahre Wunder. Kalt-Warm-Kompressen gibt es günstig in der Drogerie oder Apotheke. Einfach ins Gefrierfach legen, dann haben Sie sie sofort zur Hand. Wenn Sie das vergessen, ist es aber nicht so schlimm. Sie können sich auch einige aus der Praxis mitnehmen. Tipp Nummer 7. Eigene Medikamente beachten. Nehmen Sie wie gewohnt Ihre üblichen Medikamente ein. Natürlich nach Absprache. Besondere Rücksprache benötigen gerinnungshemmende Medikamente. Dazu gehören zum Beispiel Aspirin, ASS, Heparin, Macomar, Xarelto, Pradaxa oder Eliquis. Selbstverständlich werden Sie vor der Operation gefragt, welche Medikamente Sie einnehmen. Tipp Nummer 8. Antibiotika. In manchen Fällen ist es erforderlich, schon vor der Operation Antibiotika einzunehmen. Wenn ja, halten Sie sich bitte an die zeitlichen Angaben Ihres Behandlers für die Einnahme. Tipp Nummer 9. Kalender mitbringen. Nach erfolgter Operation müssen meist irgendwann Nähte entfernt werden. Damit Sie den Nahtentfernungstermin schon am OP-Tag vereinbaren können, nehmen Sie bitte Ihren Terminkalender mit. Und hier kommt der letzte Tipp Nummer 10. Frühzeitig absagen. Bitte informieren Sie die Praxis frühzeitig, wenn Sie sich zum Beispiel erkälten oder an Lippenherpes erkranken. Denn in solchen Fällen kann eine Operation oft nicht durchgeführt werden. Sie vereinbaren dann einfach einen neuen Termin. Und das war es auch schon. Wenn Ihnen mein Beitrag gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Teilen Sie das Video mit anderen, die vielleicht kurz vor Ihrer OP stehen oder abonnieren Sie meinen Kanal für mehr Infos zu diesem Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre OP. Ihre Dr. Nadja Ranschow Werbicki 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 Untertitelung des ZDF, 2020